ich mach die gruppen hilfe bei eliminierung von sturmtrupplern ich muss noch eliminierung von sturmtrupplern mit lichtschwert ja gruppen hilfe an machen gruppen hilfe melvin du auch gruppen hilfe ich war doch nicht bereit keine sorge ohne mich geht nichts bei dem zweiten von unten eliminierung von sturmtrupplern also der erste ordnung mit lichtschwert oder 100 metern entfernung mit einer der sniper dann das einzige was ich noch machen muss damit ich den rucksack kriege ich hab mir eingefrocht schnell was zu essen hier gemacht muss ich noch blocken ich muss noch blocken ich bin schon auswendig kenne und deswegen sitze ich hier die ganze zeit schon im dunkel läuft bei dir im dunkeln ist gut munkeln ich würde sagen wieder dort wenn es passt weil dort sind da sind aber fünf sturmtruppler wir können doch auch mal bei bei den neuen sturmtrupplern wenn man da noch in der mitte der insel ist dann kann man perfekt ja da werden aber viele landen weil dort dort die springs ist wir müssten schon irgendwo weiter weg könnten höchstens noch bei dem eisberg oben bei craggy cliffs oder ich weiß nicht ob hinter pleasant park noch was ist wenn er mal hier versuche ich glaube ich bleibe jetzt einfach bei eisberg soll sich geht zur markierung zwar nicht direkt aber warum bist du immer was gibt was hast du sie mag mich das sind gute freunde merkt das wir sind vater und tochter ja ok oh melvin was du wieder dachtest nein das weiß ich nicht doch ja die wollen alle da hoch lichtschwerter ernsthaft ernsthaft ja du hund nimm für mich nimm für mich eins mit für mich auch nimm für mich eins mit für mich auch das ist noch besser ja blau grün lila was wollt ihr ich werd abgeschossen ich nehm rot nein ich werd abgeschossen ach du luka ja ich bin unter dir scheiße ich bin halt unter dir jetzt bin ich über dir ja ich renn grad dahin echt schwert ich werd trotzdem noch angeschossen gut einer genockt da war doch nur einer da war doch nur einer ja die hab ich hier ach so ja gibts doch die haben wir gesetzt fuck genockt oh man der licht da hinten da hinten muss schaden blocken tut mir leid ich hab ich hab ich hab geblockt für heute danke hilfe hilfe melvin hallo hallo also ich hab mein ziel erfüllt das passt du hast mir ein werf hier zu landen der hat ein dreißiger hit noch ein dreißiger hit down wenn du jetzt wenn du jetzt die sturmtruppe erlegst ne ne ich hab kein lichtschwert und nix das ist alles bei unserem loot da ist ein sniper da ist ein lichtschwert ja toll ihr seid 200m weg das schaff ich niemals bis dahin in der retail ja 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 klar also den loot holen könnte man aber den loot kann man holen ja 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 mach das mich senkt grad die sturmtruppe ich muss erstmal wegrennen hier sind bei euch noch welche vielleicht ja toll die die uns gekillt haben ja geil lol lol drückt mir die daumen ich kann sogar eure karten holen ja oh gott hilfe sturmtruppe aah sniper aah hilfe aah mich schaffst du nicht mehr melvin schaffst du noch melvin schaffst du noch aah ich hör ihn ja mach das er ist karte äh jörg 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 direkt bereit machen direkt bereit machen direkt bereit machen ne ich hab ne aufgabe erledigt ich hab ne aufgabe erledigt ja aber du hast doch trotzdem gruppenhilfe noch an Die Nachbarn werden die Bullen bald rufen. Ist schon Bettruhe, darfst du nicht. Ich hab ihn um 26, um 24. Bei mir haben wir es 23, 26. Ja. Ich warte jetzt ab, bis die Bullen klingeln. Oh mein Gott. Du hast echt schon laut dich ausgetrunken. Ich sag mal so, ich wohne im ersten OG, wenn hier in der Neid läuft, die hören mich trotzdem noch. Oh mein Gott. Stopp. Oh meine Güte. Wo ist das? Ich hab auch noch zu sterben. Ja, wo ist Sarah? Da! Ich hab grad einen Deckel hochgeschnippt, den ich hier aufzuschaffen und jetzt entlastet. Das nächste Mal müssen wir definitiv in-game reden bei den nächsten Aufnahmen. Da hinten. Hier. Ich würde sagen dort hin. Da werden die wenigsten hinfliegen. Ja, okay. Und da gibt's auf jeden Fall in der Nähe auch Sniper oder Lichtschratter. Jaaaaa. Ja, da wo jeder am besten runterkommt, würde ich sagen. Das bringt nichts, das haben die gefixt. Du kannst gleich dazu und aufmachen, wie du willst, dass da passiert gar nichts. Nicht bei mir. Ich bin einfach auf und fliege so. Ich bin vor euch allen. Ja, aber guck doch mal, ich bin weiter oben. Ja, und? Ja, ich spende die ganze nächste. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin sehr wohl noch. Nur ich bin über euch. Ja, ich bin weiter über euch. Stimmt. Nee, du bist neben mir. Ich bin unter euch. Jetzt bist du unter mir. Ja, weil ich die ganze nicht spende mich. Ich spende auf die ganze nächste. Gut, ich lande kurz hier. Ich bin weiter einfach offen. Auf der PSG geht's auf jeden Fall. Ich habe eine paar Militärstützpunkte. Ja, soweit habe ich es leider nicht geschafft. Ich suche halt gerade hier. Man legiert das aber tatsächlich auch. Im Haus ein Sniper, aber leider ist hier keiner. Also, ich kann das machen, wie ich will. Da passiert nichts. Auf PC ist es nicht gefixt. Aber bei PS4 und Switch geht's doch. Ja. Aber PC geht's nicht mehr. Auf die Konsolen geht's doch. So, wer hat eine Sniper? Niemand. Ich will. Ähm, ich nicht. Toll, ich auch nie. Ich habe Bandagen, Granaten, eine Pistole und ein Sturmgewehr. Ich habe ein Geschenk. Oh, mach auf. Da ist da ein Sniper drin. Ja, passt auf. Bei euch dort ist gerade einer runtergekommen. Ähm, ne, goldene Pump. Scheiße. Äh, wo ist denn das Qualmgetünste? Äh, Mabel, warst du auch im Turm? Ganz oben im Turm ist nämlich auch nochmal. Ja, habe ich geschaut. Ich habe einen Sniper. Ich habe einen Sniper. Ich habe einen noch. Versuch mal von dort oben zu sniper. Ach, du Scheiße. Versuch die mal von da oben zu sniper. Äh, hat man Trump. Luca. Luca, wenn du voran willst, geh einfach hinein in der Türme und lass dich hochfliegen. Das sind genau fünf Stück. Ich lock die, äh, ich, 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 ich lenke die hier gerade irgendwie ab. Die sind auf mich fixiert. Ja, ich sehe sie gerade von hier nicht. Ich gehe die echt nach. Mabel, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Oh, ich habe das Sniper. Oh, komm her. Scheiße. Warte. Huch, Luca, ich hoffe, du weißt, dass unter uns die ganze Zeit welche waren. Ich habe einen gesniped, habe einen getroffen. Hab einen. Lass mir runter. Oh, toll, eh ein Schuss für die Sniper gerade mal. Oh, nee, ich habe ihn nicht getroffen. Ja, ich bin keine, oh, ich bin keine 100 Meter weg. Nein, ich treffe mich nicht. Ich hoffe, die gibt es auch in Spielwiese, die Typen. Denen kann man voll die coolen Zehen drehen. Versuch mal auf den Kopf zu schießen. Hab ich noch? Ja, ich habe drei von fünf. Ja, ich habe meine, ich habe meine Quest. Bloß zwei noch. Können nämlich genauso schlecht. Ich habe keine Munition mehr, keine Munition mehr. Warte, ich habe noch Sniper-Harmonie. Komm her, komm her. Luca, ich bin neben dir. Komm her. Das ist keine Sniper-Munie. Das ist keine Sniper-Munie. Nein, das ist normale Munie. Gefährd. Ich bin zu sehr, ich war anders. Warte, hier sind die. Der eine hat einen 100er-Hit, den schaffst du jetzt locker. Nee, ich habe keine Sniper. Ja, ich habe auch nichts mehr. Melvin, hast du Sniper? Ich habe auch keine. Kann mir geben. Das kann auch mit Sniper sein. Das kann auch mit normaler Waffe sein. Ja, mit normaler Waffe kannst du keine 100 Meter schießen. Doch, klar. Doch. Ja, warte, ich habe jetzt zwölf Schuss. Mann, mein Controller ist leer. Er geht die ganze Zeit aus. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich bin kurz weg. Ja. Hap. Ernsthaft? Der kommt näher und duckt sich, der Arsch. Ich muss weiter zur Seite. Ich muss, wie gesagt, 100. 4 von 5. Einer noch, einer noch. Ja, noch einer. Ja, ja, ja. Moment, ich habe, ich habe, ich habe. Warte, lass den zurückrennen. Ab ihn. Sehr schön. Oh, alle Aufgaben erledigt. Yeah. Ja. Ja, komm. Ich will. Komm beim Headmaster. Wer muss den Banner, wer hat die Banneraufgabe noch nicht? Ich habe die schon. Oder hatte ich schon. Ich noch nicht. Ich muss den noch. Ja, dann macht er, dann macht er die. Äh, hier sind Miniscuits. Alter, ich muss mich gerade richtig halten. Oh, Sturm kommt. Ja. Ah, du hast zwei. Ich weiß. Scheiße, das ist Gegenstrom. Das wird schwer. Scheiße. Vor allem, die erste, also jetzt, davor die Runde, die schneide ich in die hier mit rein. Okay. Denke ich mal, weil die erste geht aber 6 Minuten, die jetzt sind wir insgesamt bei 14 Minuten. Ja, passt schon. Treffen muss gelärmt sein. Oh nein, ich muss auch Lichtschwert blocken. Das Dumme ist, wir können nichts machen. Wir können nicht mal schwimmen, weil das alles gegen Strom ist. Ja. Ja. Aber ich sehe es schon auf der Map. Und über mir wird geschossen. Scheiße, 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 scheiße. Ich habe auch keine Baumaterialien, nichts. Ja, da oben wird geschossen. Drei Granaten, vier Bandagen, fünf Minis, eine Sniper mit zehn Schuss und eine Phaser-Raffe. Ja, da sind welche im Feld neben mir. Okay. Geil. Ey, lass das jetzt jeden Freitag. Boah, ich werde besch... Ah! Ah, da. Lass das mal öfters machen. Habt ihr morgen Zeit? Äh, nee, morgen ist Steampunk. Ah, stimmt. Ach, scheiße. Ich kann vergessen. Ich bin im Sturm. Luca, hinter dir. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich bin nicht mehr weit. Ja, sieh, ey. Ich geh jetzt fest. Brauchst du Heilung gleich? Ich hab Heilung. Ich auch. Hast du den? Den hier hab ich ja. Gott. Ich muss mich kurz healen. Ja, du musst das alles. Okay. Ich hab... Oh. Oh, oh. Ey. Ich hab' einen grünen. Kann ich race? Hä? Nee, jetzt hast du... Hier, Eik. Eik. Danke. Bitte. Oh, ja. Jetzt hab' ich mir mitge... Da. Wir müssen sohne. Ich renne mal nicht. Okay, ja. Ja, können wir machen. Ja, ich auch. So. Ich liebe dich, Schöter. Ich liebe dich, Schöter. Ja, ich liebe dich, Schöter. Ja, ich liebe dich, Schöter. Vor allem, man muss überlegen, den ersten Star-Wars-Film, den ich in meinem Leben geguckt hab, das war Episode 6. Seitdem bin ich schon so ein großer Fan davon. Dann... Es kluckt man gar nicht. XP! Ich hab alles laut. Ui, 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 ui! Ja, doch! Da oben ist einer! Ja, das ist ein Einzelner. Ja, ja. Lasst, ich muss bloß blowgen, ich muss bloß goben, bitte. Die Schüsse kommen einfach später an, als man sie verschießt. Ja. der laser schneller als er selbst das ist ein bot ja ja der wird aber beschossen von der unter der brücke unter der brücke ja ja ich bin schon vorbei gerannt ich bin gar nicht bei euch ich bin hier im haus aber da waren überall welche also rechts von mir waren nämlich auch noch welche es kann sein dass die das waren ich hab tatsächlich keinen gekehlt luka ja wir haben nichts aufbekommen noch einer jetzt wird er gut schnell genug sein hier rechts auf meiner rechten seite auf der insel sind welche da drüben ok 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 das ist ein einzelner da oben 100er schildert der muss aber in die zone rennen das heißt er rennt uns eigentlich entgegen oder ey warte ich muss mich sogar snipen lassen wenn ich mich snipen lasse krieg ich mich da hinten sind auch noch welche hinter uns sind 10.000 leute irgendwie ich block grad den ganzen schaden ich geh grad mit zur eic hoch ich block grad den ganzen schaden die bots noch nicht ich jetzt auch ich block die ganze zeit nicht schaden ich glaub der rutscht ne ne und ich mach jetzt rückwärts also ok hab's der rutscht nicht der rutscht nicht der rutscht nicht der rutscht nicht ja kann man damit eigentlich auch ey ich mach so ne ernsthafte fragen kann man damit auch sniper schüsse aufhalten ja kannst du eigentlich läuft 4 hp nur noch du brauchst hier ich hab medikist ne 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 geh erstmal geh nicht ich hab medikist nein 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 hilfe hier jod jod oh ne luka ich kann dir jetzt nicht helfen ich bin oben bei mir waren drei gegner ich bin oben bei mir waren drei gegner die ganze zeit ich weiß und ich hatte wo bist du denn gestorben wo seid ihr hingerannt nach oben zum berg nach oben ja da waren richtig viele gegner bei luka ja die sind alle auf der insel da hinten ja ja die können da grad nicht ich hab halt nur sniper jalla ich auch nicht bei meinem loot sind keine gegner nur auf der insel ja aber die zone ist auch grad kritisch und dann ja auf der insel ist nur einer das geht nicht mehr das geht nicht die zone kommt direkt melvin komm ich hätte sie jetzt gemacht aber die zone kommt jetzt ich hab meine aufgabe auf dem ich hab auch alle erledigt ich hab auch alle erledigt jetzt kann auch nicht ich hab die die ich brauche äh luka du musst jetzt phase 2 mit dem lichtschwert machen erste ordnung mit einem lichtschwert oder bla 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 ja 0 von 3 hast du da ja 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 katze gibt mir recht die nächste folge hast miauuu also da hinten wurde gut gebaut da unten rennt einer ja ja oh shit das ist ein bot oh shit oh shit ey jetzt reicht's mir ähm ei also nö mir reicht's ja auch auch noch ah ich hab einmal getroffen zweimal getroffen ja zweimal getroffen ja zweimal getroffen hab ihn ah scheiße melvin ey scheiße über uns du musst dich nur wieder beleben nein ja komm schon brauch dir hilfe ich fühl mich kurz dann mhm äh Saras Karte Saras Karte einsammeln bringt nichts weil es ist kein Wiederbelebungsbus mehr in der Nähe ja nein ja geil Aike du bist alleine ich hab den porten den typen jetzt schaffst du dich gegen neun leute ich hatte aber noch eine aufgabe wie wir alle aufgaben einfach durchgerusht sind ok 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 mir fehlt nur noch eine phase mir fehlt noch phase 3 mir fehlt noch phase 3 mir fehlt bei phase 3 noch irgendwas ich weiß nicht nein ja einmal zur lobby 24 minuten geht die aufnahme schon aber ich will mir jetzt noch den jedi-training-emote angucken ja einfordern alles fertig bekommen wir den rucksack ich bekomme jetzt den rucksack einfach dann wollt dann sehen wollt dann sehen ach so ihr seht das ja noch nicht sagt mir wenn es soweit ist sagt mir wenn es soweit ist ähm ich brauche noch ja ich bin ja 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 Untertitelung. BR 2018